So, wir sind jetzt hier beim... Au! Warum denn, ey? Running Gag! Das Auge ist so eklig, wie so ein Godzilla-Auge. Ja, ja, ja. All die Leute, die hier sind, haben Freitagabends nichts Besseres zu tun, als sich eine Theateraufführung anzusehen. Wir sind beim Rap Battle. Und die Leute setzen sich auf Stühle. Bei einem Rap Battle! Yay! Wir sind irgendwie die Einzelnen, die grad stehen. Und gleich, seht ihr, MCM rappen. Rappen! Rappen ist meine Rappen! Motherfucker!